Hallo, hallo, hallo und willkommen zurück zu WoW-Legion-Druiden-Leveling im Wald Shazaar. Wir sind hier in der Raven-Rabenbeer und haben hier in der letzten Folge mit ein paar Hundertzehnern Elite-Mobs rumgespielt und werden jetzt hier weitermachen mit dem Bonus-Ziel und Weizsucher-Töten-Dingens, Nibbelsens. Hier seid kein Feind. Kein Schein. Kein Schein. Aha, okay. Wow. Dass mich das Ding raus- Warte, warte, warte. Araxas? Ja, läuft er. Ich bin halt ein bisschen ungewohnt, wenn man nicht sieht, auf dem Spänen das hier. Aber für ihn haben wir noch gar keine Quest für Araxas. Ah. Soll ich hier wahrscheinlich noch nicht her. Wahrscheinlich erst, wenn wir die anderen Typen da umgestimmt haben. Okay. Come on. relativ und top of the wall aber ich bin noch noch on top als sind wäre ich nein das könnte doch ein knast sein das könnte doch ein knast sein so sieht mir so nach karazan aus vor allem geister offizieren aber hat eine männerstimme interessant und wieder eine männerstimme ich werde euer blut von meiner klinge wischen wie das der andere ich habe euch treu gedient das ist sirius den den sieht man doch in dem dunkel elfen wir sind glaube ich rückwärts reingegangen kann das sein okay also müssen wir jetzt denke ich mal anfang zurückgehen blöken wir mal jetzt hier mit shadowsohn so ba 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 wir haben fixiert haben von meiner hat den suchen wir gar nicht krone ist unbezwingbar wir werden ob sie das sind etwas heute nicht in irgendwas haut hier nicht irgendetwas haut hier nicht wissen doch irgendwie ja hier geht es zum danschen aber wir wollen ja nicht zum danschen wir wollen in die kärcher aber meine treue zu lord haben krone ist ungebrochen und wir dahin wie kommen wir dahin und ich habe vergessen in der eile wo wir da angegriffen worden sind das ding oh shit wir waren bei 8 m zwischen 22 oh der kickt ja das buch weg das gefällt mir ja nicht so aha da bin ich mal gespannt ah der mond der mond kessler wo ist ein kessler wir sollten dann vielleicht doch erstmal nach kessler ich will doch hier mal lang schleichen gottverdammt damit ich immer ein paar mobs kippen kann aber die ganzen fairy dragons für das auch sehr einfach sein genau so gar keine gar kein gut hier so um zu kippen So, dann wollen wir den Kessler da jetzt noch... Was ist da raus? Ist der Kessler? Ist das wie ein Physiker? Kessler? Ist der Kessler? Du musst den Schleider töten. Wir werden hier nicht lebend rauskommen. Das tut dem Meer aber sehr leid. Wie vertut es das? Holmen! Bauer! Ich weiss nichts zu warnen. So, und das heisst jetzt können wir hier... My Earth Shadowsong suchen. Was? Komm oooon! Please please! I was Steals! Steals! Der hat keinen Block übern Kopf gehabt, dass er besser aufdecken kann. Also, please! Deine Mutti hat uns tot. Der Tod kommt schnell und präzise. Ja. Whatever. Whatever. So. Garud. 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 geht immer noch nicht so fragt doch jetzt geht's haha 25 dann sind das freund geht weiter also war nicht ganz alle vier und da der öffentlich so wie anders reinkommen in den knast und nicht immer über den falschen weg den wir gehen der da oben drauf oder da haben wir jetzt wieder drei folgen öffentlich wenn auch mal da irgendwie was nicht hier mal zurück ach im wasser und nicht auf der mauer alles kann es kommt 11 11 11 er wird durchschleichen und mayef shadow singen suchen da ist er jetzt da rein bringt uns nichts ich bin nervig dem nervig Naja. Jo, bitte. Ich glaube nicht. Gnade. Gnade ist etwas für jemanden, der Empathie hat. Ich glaube, du bist näher daran, ein Dämon zu sein als ich. Endlich finde ich Tode. Erkenne ich die Wahrheit. Ihr seid kein Feind. Wie öffnen die die Teile? Hier? Treasure. Ja, sure. Aber hier sind die Tebel zu. Nervig, wenn Sachen nicht funktionieren. Ich weiß zwar nicht, wieso man Maiev bei einer Schmiede suchen soll, aber... Ich werde dich in einer Zelle verrotten, wie die anderen. Ja. Soll ich dazu sagen? Ja. 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 Ich werde es vergeblich um Gnade witzeln. Fortran, Krone. Ich habe euch treu gedient. Komm mir nirgends wo rein. Äh. Hm. Hallo, Maiev. Ich würde gerne mit dir reden, aber ich komme hier nicht rein. Ich gewähre euch einen schnellen Tod. Ach, come on. Okay, da müssen wir halt Uncle Google fahren. Auf. Hi. Halt. Flutige Spur heisse Spur. Spur führt zum Haveen. Ich habe sie falsch geschickt. Waaaah. So hoch. Maiev. So, Ascha? Wieso kann die das Ding öffnen und ich nicht? Hm, ich bin hier falsch. Also ich muss hier wahrscheinlich irgendwie was anderes erst noch trägern. Irgendwas habe ich... Hier gehen du was? Ich muss hier irgendwo... Oh, okay. So wie es aussieht hätte ich draußen irgendwo erst noch... Ah, okay. Schön zu sehen wie man hier reinkommt. Komm, René. Äh, warte... War nicht... War hier nix... ...und klicken. Ah, es ist nervig. Das ist noch bevor wir mit... ...Jaroth hier gesprochen. Ist er hier irgendwo? Glaub ich schnell... War hier schon? Wetztolle Klingenkrieger! Kein Dämon wird durch unsere Tore treten! Aha! Welch grausamer Tod! Aber keine Spur von Maiev! Den Schritt hatte ich übersprungen. Ähm, jetzt können wir das bei ihm abgeben. Ne. Ne. Hier war er. Ne. WTF. Orientierungssinn wie ein Mehl-Sack. Oh, come on! Euer letzter Herr zusammen! Mondstein! Flieg und Sieg! Wir werden niemals, Lord Rabenkronis, Turm erreichen! Mhm. Wir werden in einer Zelle verrotten, wie die anderen! Oh, ja, so. Ich bin das so so. Die Rabenwehr! What? Wolle ich hin? Ah, Jan. Come on! Aber da hab ich doch schon Typen umgehauen, oder nicht? Passe! I am... als er ist also er ist denn aus unseres stundenlangen verhörs leistet die wächterin noch immer erbitterten widerstand bezieht sich das vielleicht auch mal weil es ja auch so viele tausende millionen andere wächterin gibt frag mich aber wieso geister tagebücher nicht auch spektral sind aber ich hatte doch schon eine mission dafür dass die sachen hier untersuchen soll so wahrscheinlich weil ich oben den gleiche da nicht rechtzeitig gefunden habe sonst hätte ich das ja alles zusammen in einem abwasch gemacht das ist sie war hier alles klar recht ja auch gleich was meine klinge ist sie bereits die schnur lach mit der wachse dient immer treu man folgte mir hinauf zum fest aber du folgst er mir als ich kollege jetzt können wir aber endlich den dänschen an der mann eltel eltel müssen darum mit drauf les hören würde wir die quest kriegen und nicht auf den risch bern warten müssen wir haben eine key wenn wir hier denke ich mal weiter sollen ja 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 jaja jaaaaa jaaade jaaade ich werde dem gefangenen hier in seinen letzten momenten Ja, lauf weiter und helf mir nicht bei den Mobs. Sehr nett von dir, der des Lichts. Was da? Oh no, oh no. Ja, ja, deine Mutti. Man muss nicht immer alles hauen. So, Maiev, du alle Schrulle. Maievs Gesicht ist blutunterlaufen. Ihre Lippen sind aufgeplatzt und ihr Körper ist mit Narben übersetzt. Sie sieht mager und erschöpft aus. Aber ihre Bewegungen sind immer noch kraftvoll. Wochenlang haben sie verliebt. Der Amateur. Ich habe geschwiegen, Minuten gezählt, ihre Schritte geschätzt und den Stimmen außerhalb meiner Zelle gelauscht. Ich habe auf eine Chance gewartet, um meinen Peinigern zu entkommen. Und um mich zu rächen und jetzt bringt ihr mir meine Rüstung und mein Schwert. Ich werde die Rettung mit Blut vergießen feiern. Ihr habt meine Rüstung und Glewe mitgebracht. Ich danke euch. An diesem Ort hätte ich keine Rettung erwartet. Wo ist mein Bruder? Somewhere along that way. Was habt ihr zu berichten? All eure Vermutungen waren korrekt. Gul'dan hat Lord Rabenkroner und seine Geisterhafte mehr aus dem Grabe weg und dienen jetzt der Legion und wachen Geheimnisse des Torms. Werden Rabenkroner oben von oben das Kommando führt, hat Leutnant Denzelsternauge die Aufsicht über den Glewe. Kerker, er hat mir die letzten Munde über gefoltert, aber ich blieb... Ich gewähre euch einen schnellen Weg. Der Leben muss enden. Well... Moment. Ihr kommt wegen mir, obwohl ich versucht habe, euch zu tun. Das spielt keine Rolle. Ich habe gehört, was im Verlies der Rechnerin vorgefallen ist. Als wäre mein Haar nicht schon grau genug. Warum habt ihr Gul'dan allein verfolgt? Ich will uns ein Dank, dass ihr noch seid. Ganz genau, Bruder. Wir haben größere Sorgen. Gehen wir. Sternauge muss sich jetzt verantworten. Ihr werdet in einer Zelle verfolgt, wie die anderen. Warum ist... ... Wow, Orientierungs-Sinn. Ähm... ... ... Wtf. Oh, viel Dank. Ne, und... ... ... und dann müssen wir... ... Nee, ... Danke. Und... Wurde jedoch noch was angezeigt. So, die eine Leiche müssen wir noch untersuchen. MONSTEIN! Flieg und Sieg! Wow, der Halbmond hat mehr Schaden gemacht als der Vollmond. Uh, drei Stoffe. WTF? Orientierungssinn wie ein Mehlsack. Achso, wir müssen doch hier hochgehen. So... Hallo! Die Streitmacht wird das Land von allen Invasoren säugen. Doch ihr werdet von meiner Hand fallen. Ihr habt euch schon immer überschätzt. Ein weiterer sinnloser Tod. Ihr wagt den einen Arbeiten der Kalderei anzugreifen. Ihr werdet vergeblich und Gnade will. Ach, macht euch mal hier nicht einen Schlüpper. Wir haben jetzt sogar Maiev dabei. Und ich hab den schon Solo gelegt, also... Kein Problem, Leute. Kein Problem, alles easy peasy. Woffelcheesy. Und wir sind keine Dämonen. Erkennt ihr mich nicht? Es ist zwecklos, Bruder. Wie die anderen Untoten sieht auch er nur was er sehen soll. Okay. Piuuuu! 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 Ja, well... I doubt that. Ähm, jo. Weiterpeitschen. Verlass den düste Pferch! Und dann müssen wir die Folge werden sehen. Gerade weil wir ja acht Minuten lang den Timer nicht resettet haben. Ich sag dir mal an der Stelle Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich bis zum nächsten Mal. Bye, bye!